Ähm... Wow... Genau, ab jetzt ist es blind, also weiter bin ich noch nicht selber fortgeschritten, das heisst, jetzt wird es sehr interessant. Was ist passiert? Oh Gott, ihr seid alle total verwirrt, ne? Ihr habt keine Ahnung was vor ihr oder so... Was macht ihr denn schon da vorne? Schatz... Schatz... Aber es ist überraschend! Öffne die Tür, damit wir helfen können. Verdammt, Kyle! Mach es! Geh es! Geh es! Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Strangers in a distant Land. Gut, wir sind tot. Nein, wir müssen uns nicht mehr in die Zone beschweren. Super, das ist total gut für mich. Super, das ist total gut für mich. Turrets, ja. Was sind das die hier? Wo ist das Control-Ding dazu? Stand by! Moment! Ich mach mich mal auf die Suche. Wie ist dieses Soldat? Was ist das? Ach, die brechen dann nochmal so in so einen Pseudo-Wut-Modus aus, oder was? So Brut-mäßig. Du Snider. Hallo? Du hast einen Schuss! Es wird die Kraft auf die Gate. Gibt es noch Bi-Armonie? Du brauchst jetzt noch. Ähm... Prämm! Du hast die Schuss mit den Trollers診ern! Das ist das, was du schon immer wollten, ist die Aufmerksamkeit eines Coppers. Der war schon tot... Fail. So, jetzt würde ich gern mal wissen wie man diese Geschütze einschalten kann. Oh, die gehen tatsächlich an der unis-is geschütze WTF? WTF, WTF! Nein, 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 nein! Aber da steht der Soldat erstmal an una sea geschütze Guckt euch den an Geht der andere? So, okay Ich kann nicht anfahren, warum nicht? Zum Glück war der fast tot Ah, Moment bitte, ich muss kurz noch fahren Das ist hier noch für die Crawler, um die Muni zu schaden Wollen wir jetzt auch noch an die Seite lang? Interessant, ja Oh shit Wo sind die denn überall? Die sind ja auch hier in jeder letzten Ecke Das ist ja der absolute Wahnsinn So, wo komme ich jetzt wieder raus? Hier oben, wo ich das Sniper geholt habe? Ja Okay Gibt es da oben noch Sniper Muni? Das wäre natürlich noch ziemlich cool Gucken wir mal Oh ja, Tatsache Okay Okay, nice Hilfe Oh, Together Ja, ja, ist okay Oh, hier war aber noch ein Soul Shatter, Isar Oh oh, ich bin direkt hier in was reingesprungen Jetzt konnte ich mal braun kommen, danke Oh, da sind noch mehr Soldier, meine Fresse Wir haben hier aber ordentlich Oh, die können sich so in die Kunkunkunkn Was ist das? Die Soldaten sind irgendwie total krass Die können irgendwie so gut hüllt alles Neh, nur mal die Boucher, die kann man jetzt nicht mehr aufladen Da kannst du noch diese leicht zielverfolgen mit Schüssel abschließen Weiß nicht, sie haben es irgendwie geschafft, der ist nicht komplett scheiße Ähm, auch nicht so krass Stark realt Und mal die Leidze Ähm, ich denke immer, die sind dann schon tot Oh, fuck Ich gebe jetzt Ruhe, Mann Puh, Gott, anstrengend Ähm, so Stressig, oh nein, Park Park Oh, sehr gut, Wade Ähm, soviel dazu Aha, wenn man also Pulver gewidmet kann, kann man auch nicht Kann einem auch nicht mehr geholfen bleiben Das ist natürlich, äh, doof Gibt's noch eine DMA, sollte ich nicht verletzen Ja, das ist wohl richtig So 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 Du gehst drauf, du gehst drauf Oh, bitte Zack, zack, zack Ähm Warte, wie das aussieht, wenn der Crohn noch so zurückkrallt So Wärtsgön Oh, shit Oh shit So, das Bumpen chargen wir den mal weg Ich hatte halt keine Muni mehr, was du vermisst du? So, wir sind hier voll im Action drin, scheiße Okay Der wäre auch Next man Oh, coole, coole Animation Jetzt wäre es mal weg hier, boah Alter, warum war ich plötzlich so schnell? Krass Warum spaut ihr hier? Das ist so mein Chaos gerade, so mein Chaos Scheiße Ähm So, wo ist jetzt dieser Knight? So, dem begegne ich jetzt am liebsten auf Distanz Und ich hol mir jetzt erstmal ein neues Sniper-Muni Das ist mir gerade alles zu doof Ja, ja Wack, danke für diesen professionellen Hinweis Ich werde versuchen es zu berücksichtigen Wir müssen das Gate öffnen Oh, das ging jetzt aber irgendwie ganz gut Hatte der denn? Ähm Ähm Wo ist der Knight gestorben? Hier, ne? Der hatte doch irgendwie... Was ist das, was du machst? Ja Wir haben nur geholfen, Governor Deine Leute haben viel gemacht Die Gäste sind öffnen Hatte der nicht... Ähm... Ach Gott, wie heißt der nochmal? Incendiary? Ich erinnere, nein Gäste sind öffnen Hm, gut, dann halt nicht So, für den kurzen Schnitt Ich gucke lieber immer mal ein bisschen zu oft nach der Aufnahme an Was das mir am Ende abscheißt Oh, jetzt haben wir hier Fahrzeuge... Rocket... Mongoose... Nee... Wir nehmen Wartok Geht das Ding an Okay, ihr nehmt... Ihr wollt kein Beifahrer sein? Gut, dann fahren halt nur Buck und ich Buck und ich sind eh die Grüße Ähm... Ähm... Fuck Fuck, du musst auch schießen Sehr cool Wartok, das gefällt mir Ähm... Aber ich würd sagen, wir fahren jetzt aber mal relativ zügig hier durch Gucken... Dass wir hier rumkommen Um den Brücken hier zu helfen Um den Brücken hier zu helfen Das ist ein Typ, der muss es einfach immer kompliziert machen, weißt du? Das ist ein Typ, der muss es einfach immer kompliziert machen, weißt du? Wir können das machen, wir können Wir können das machen, Sir All right, öffnen Sie Moment, ich brauche da zuerst mal Munition Das macht ja alle nur so besser 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 Das macht ja auch Gut dann halt nicht, wir gehen zu Mordok Leute Ausschwärmen Was los 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 Okay Hm, ob Tunaka das auch so kann Ah ja Über die Brücke Was zur Hölle Was, was Nein Ohne Scheiß, das hätte ich niemals gedacht Das ist so, als die Flut in Hangout 2 auch plötzlich angefangen hat, Hochdox zu benutzen Krasser Scheiß Spartans Meine Leute in der Servicegarage können sicherlich deine Hilfe benutzen Und, naja, ich habe nur einen Skorpion in da Sie haben einen Tank Warum haben sie einen Tank? Hier haben sie einen Tank Da gibt es einen Skorpion Gut, dann brauchen wir uns die noch einmal Ja Ich will den Skorpion Wo gibt's den Skorpion? Achso Scheiß drauf, ich lass mein Team alleine Ich will den Skorpion haben Hm Irgendwie so kommt man doch hier rein Ja Wieso haben sie einen Skorpion? Das ist UNSC-Gear Hm, 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 hm Große Geschütze, Freunde Der Knight kann mich mal So So Können mich alle mal Ich habe sogar aufgenommen heute Wack, mach du mal den Kleinkram bitte Einfach die Geschütze hier wegrollen Aber die Nerven nicht gerade stimmt Ah, mit Alarm, das sieht schon gut aus Ah, mit Alarm, das sieht schon gut aus Ähm Oh, da ist ja noch eins Habe ich gar nicht gesehen Okay So Sehr cool Was ist das für ein komisches Piepen? Was ist das für ein komisches Piepen? Aus der Weg Ich werde das nicht verletzt oder sogar ein komisches Piepen? Ich liebe Beschütze hier